Das Gewicht des Lebens Ein junger Mann kam zu einem alten Waisen. »Meister«, sprach er mit schleppender Stimme, »das Leben liegt mir wie eine Last auf den Schultern. Es drückt mich zu Boden, und ich habe das Gefühl, unter diesem Gewicht zusammenzubrechen.« »Mein Sohn«, sagte der Alte mit einem liebevollen Lächeln, »das Leben ist leicht wie eine Feder.« »Meister, bei allem Respekt, aber hier musst du irren. Denn ich spüre mein Leben Tag für Tag, wie eine donnenschwere Last auf mir lasten. Sag, was kann ich tun?« »Wir sind es selbst, die uns Last auf unsere Schultern laden«, sagte der Alte noch immer lächelnd. »Aber«, wollte der junge Mann einwenden, doch der alte Mann hob die Hand. »Dieses aber, mein Sohn, wiegt allein schon eine Tonne.« Peter Fech, Bonk�라고 minor debt. »Aber Herr von, bin THERE. Dass die USA beten, würde ich noch 24 Jahre lang, Möglichkeit nicht an abgekl kirchen das Einwenden. Untertitelung des ZDF, 2020